Guten Tag Leute, willkommen zurück zu Overwatch mit K-Wurm. Moin moin. Ich kling schon wieder so richtig krank, als hätte ich den Schlimmbruch meines Lebens. Warum braucht das heute alles so lange, ist das? Weiß nicht. Heute ist einfach der langsame Tag. Rätsel mit Speis, immer noch so. So. Und, hat es eigentlich auch bei dir gerade so lange geladen, oder? Nö. Ne, ging eigentlich. Wir haben die VIP-Warteschank, das merke ich jetzt schon im ganzen Spiel auf einmal. Also ich glaube, ich habe noch nicht mal erzählt, um wen es heute geht, oder? Ja, da musst du mal sagen. So steht ja, wir spielen vor allem, wir spielen Cassie Toffels. Achso, ich habe vergessen mir zu erzählen, dass es immer dieses Dings gibt, dass man sein Fadenkreuz umändern kann. Ja, ne? Ja, das gibt's. Mein Fadenkreuz ist einfach nur, ist einfach weiß. Ist einfach ein Kreuz. Heiß? Das ist wirklich scheiße. Ja, ne, ich meine ein Kreuz. Das Fadenkreuz. Das Hakenkreuz. Das ist mir doch nichts. Nein, kein Hakenkreuz. Ich weiß, du willst sie auf dir, aber... Nein. Ich meine natürlich dieses Nomade-Fadenkreuz, was in jedem Shooter-Spiel ist. Hast du gerade meine Granate gegen Reinhardt geschmissen? Ne, das ist eine Lüge. Alter. Ich bin überhaupt nicht warm gespielt. Was denkst du ich? Ich muss die X spielen. Spiel Reinhardt. Irgendwas sagt er mir, das wird eine Reinhardt-Runde. Aber, Worldhog wurde wieder etwas schwächer, ne? Mit seiner Schrotflinte im Nahkampf. Er wurde schon wieder schwächer. Was ist das? Aber weißt du, was ich immer... Oh, guck mal, Genji mit goldenen Schwätern. Guckst du das mal an. Aber weißt du, was ich immer witzig finde? Das wäre nicht immer mit Tore spiele, Kriegt er immer von Worldhog, Werde er immer von Worldhog irgendwie mit der Kette weggegriffen, ne? Er kann sich nicht werden. Kette hat ihn immer. Ein schlechtes Muffen. Ich bin der einzige, den er bis jetzt, glaube ich, nur einmal getroffen hat. Und nicht ein... Denn nicht ein einziges Mal, wollte ich schon sagen. Immer, wenn man zu viel redet, auf einmal braucht man kurz ne kleine Pause. Ach ja. Nachher wieder amnesia streamen. Oh, das wird ja wieder geil. Was mir aber aufgefallen ist in Amnesie, ne? Ach ne, die haben Ego. Ja, ich wollte es nicht... Ne. Ich weiß auch, wer das trifft. Hab ich das richtig gesehen? Äh, die hast nicht. Ne, ne. Die bemerkt... Oh Gott! Nein! Ist nichts passiert. Okay, also... Ne, das kann nicht sein, dass er zwei Hooks weg bekommt. Der hat... Der zieht uns gerade. Der hat uns gerade gerade gezogen. Auf einmal fliegen wir alle rein. Wie... Junge, bei mir hat er einfach durch die Wand gekrapscht. Was soll das? Oh Gott! 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 Oh Gott, Reaper! wotag ist der wotag macht auge auf mich was ist das ich will nicht also hast du das gerade gesehen wie heftig der auge auf mich macht ich komme nicht mal davon der guckt mich einmal an direkt spiel mir tic tic du bist ich habe mir sehr dumm nicht schon wieder okay ich muss rein jetzt rein 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 letztes nur warum drücke ich immer auf den nack aufschlagknopf okay ich bin tot wir haben vergangen erst mal rockstar energy öffnen ich spiel gerade so scheiße wie ich gerade ich tue halt nichts die andere sache die ich die ganze zeit merke ist dass das gegner richter team einfach zusammen bleibt die ganzen zeit und wir alle über 1 in 3 laufen wie psychopathen welche map kommt jetzt noch mal ich hab die andere also ohne nicht die das war das mit dem leuchtturm mit diesen scheiß mit dieser scheiß klein mini ein dem teil da wo man immer alle rein quetschen können du dich nach einer zeit nicht mehr selbst erkennst ich kann ganz komisch aber ich versuch mal er weiß was der beste film ist den ich dieses jahr geguckt habe eigentlich einfach den neuen spacer mit lebron james junge was war das bugs body plötzlich tot ich weiß aber mit was war der letzte noch mal wer war das noch mal michael jonen jedoch michael das war ja michael der neue war ja lebron das mit lebron war hat sich irgendwie angefühlt wie so ein remake ich hatte gerade den geilsten backen des lebens ist nicht mehr raus ich habe meine frage warum macht der tank so hart auge auf mich der war ich habe nicht mal ein kill doch doch mag mich nicht mehr junge was das ist hier wieder los der muss die heilung der wir uns so scheiße schlecht ein ja weißer ist gerade macht gerade sein akku modus ja ich habe kill oh gott nun jetzt jetzt kommt rieper rieper krippe war meine ich natürlich hahaha verstanden ich bleib mal hier drin falls falls sie zum weiser wiederkommt der wert auch wiederkommen kommst du hier mit rein werden das eh nicht überleben ich bin hier das damage machen okay jetzt aber mal andere seite andere seite können ja auch hier unten rein ich habe doch gerade irgendjemanden gehört im gebäude rumlaufen hilfe hilfe ich sterbe durch eine mercy nein ich sterbe durch ein gott was ist das für eine runde junge entweder ist unser team kompletter scheiß oder sind die gegner ich glaube mir das ist beides oder die gegner profis und unser team einfach schlechte eiler kann man das so sagen ich muss nachladen was ist das hat jemand und was ist hier los war ich kalt um ist ein baum ist halb im weg gerade warum ist jetzt ein kalt ich habe hier oh gott er macht auge auf mich hilfe 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 ich habe wieder alter er macht die kirk macht auge kiriko mal so und es sind schon wieder noch die heiler gefühlt es sind irgendwie immer gefühlt die heiler gerade die am meisten grad versuchen uns zu retten aber es irgendwie nicht hinkriegen die heiler sind richtig scheiße alter und ein heiler sogar aufkam oder er ist noch ein ladebildschirm da kann ja auch sein nein so kann kann ich mich irgendwie hier hoch irgendwo hinkommen dann kann ich ja meine old einsetzen und vielleicht ein paar weg schnippern dann musst du sie noch ein bisschen rausjagen okay los geht's dann mach ich eben so ja gott warum lege ich mich hier mit dem tag ab was ist das okay hilfe nicht der tag jorge ich hab grad den gegner mit dir verwechselt ich glaube ihr habt sogar beide dieselben stil kann das sein nein überhaupt hier heißt der kurzer kack nur deswegen wo ist kiriko hat der kiriko ist so scheiße kiriko nimmt ein ja aber eben hat ich hab keinen bock mit ihm zu spielen ich hab keinen bock mit ihm zu spielen ich habe keinen oh nein was ist das für ein aim Junge hatte er Q neilter was war das was war das für ne runde okay leute das war's Das hörte ich mal sagen mit dem Video. Und in der nächsten Folge gehts wieder rund um... Keine Ahnung... Owaisa sogar. Ach nee. Dann Echo. Dann Winston, Saria, Sigma, Symmetra, Zumpra, Ferra, Ramatra. Ah, guck mal noch. Zwei Schaden spielen. Obwohl Echo, Zumpra und Ferra drei... Ich denke immer Zumpra ist ein Tank. Was ist das? Das ist der neue Tank, okay. Aber wirklich, tschau.